Moment, jetzt hier noch rechts rum. Schauen wir mal. Standest du gegen mich? Dann gehörst du. Standest du gegen mich? Vielleicht. Vielleicht. So, hier ein Passatsturm. So, haben wir Glück. Yes, nice. Dankeschön. Danke, dass du den richtigen angegriffen hast. Okay, erstmal Breaking alle in der ersten Runde. Das ist schön. Sowas gefällt mir. So. Ja. Ist ganz vernünftiger Schaden, finde ich. Kann man machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja. 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 schön. So, nochmal auf den da. Gut. Schön, erlebe ich's. Sollte vielleicht nicht ganz so viel im Glücksspiel frönen. Ähm. Aha. Hier geht's runter zu der Kiste. Mit silbergefüllter Beutel. Das sind 3000 Leaves. Das ist gut. Nehme ich. So, Passatsturm. Ach, Mann. Leute. Noch ein Passatsturm. So. Bam. Oh. Okay. Hey. What next? Wie wär's mit noch im Angriff? So. Mh. Ulbricht kriegt den allein in Break. Das heißt... Hier. Ah, nee. Erstmal ungeboostet, weil wir haben noch keine vollen drei Boost-Points. Nee, 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 nee. So. Dann sorg mal hier für den Break. Und, äh. Ja. Auch hier. Ein Passatsturm. Können wir machen. Ist okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut, Hannity. Sehr gut. Sehr gut, Hannity. Sehr gut. Sehr gut, Hannity. Ah. Ah. Ich fände das Zorn. Das ist nett. Sehr schön. Und, ähm. Wie. Ich fände das. Ach. Ach. Das ist kein Passatsturm. Wie. Ach. Wie. 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 Okay, perfekt, 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 so und da komme ich von woanders aus sicherlich gleich noch hin, hoffe ich, mal gucken. Okay, nehmen wir das so und so und dann so, okay, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch so aus, wie ich das gerne hätte. So, dann müssen wir den jetzt nochmal eine Runde, sehr schön. So, dann müssen wir das nächste Mal sehen. Ja, 800 Schaden, ist okay, kann man ja nicht leben. Mist, Viecher. Ich mag euch nicht, wisst ihr das eigentlich? Wahrscheinlich ist es euch egal, selbst wenn ihr sie wisst. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm. Kümmerst du dich mal um erste Hilfe für Tresser? So, und Tresser kümmert sich um FP für Olbrick. So. So. Ich will schon so viel Schaden wie möglich rausholen. So. Damit haben wir schon mal wieder einige FP wiederhergestellt. Das ist echt ne nicee Kombo. Muss ich sagen. Ähm. Okay. Hm. So. 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 Ist ja wirklich wunderbar. You're too close. So YOU'RE T станets heute zu! Soげ ahead. So바ue oben. So kitchen table it is. Okay, was haben wir hier? 1000 Leaves, okay. So, was sagten die Kampfreihenfolge? Ich kriege alle in den Rake, bevor sie angreifen können. Das ist schön. Das ist immer so mein Lieblingsergebnis. So, dann gehen wir hier noch auf den König. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. So, weiter auf den König raufbauen. Weil, doch nicht. Stört halt grad keinen. Hm. Könnt ihr in der guten Hand mal nen BP spenden? Das ist in der aktuellen Situation glaub ich ne ganz gute Idee. So. Dann hier nochmal ein Passatsturm. Äh, ein Horizontalhieb. So. So gut es geht vorbereiten. Sehr schön. Nice. Alle erledigt. Ah, Trefendis Zorn ist, äh, ein sehr, 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 sehr geiler Spell. Schöne Fähigkeit. Schöne, schöne Fähigkeit. Nutze ich gerne. So. So, äh, da sind die ganzen... Echsenmenschen. Hm. Mit denen ich aber aktuell noch nichts zu tun haben möchte, denn hier sind noch Schatzplassels. Standest du gegen mich? Standest du gegen mich? Out of my way. I don't like that. Okay. Huh. Ich hab leider keinen Spell, mit dem ich alles breaken könnte. Sehr schade. Na ja. Dann muss das jetzt erstmal reichen. Einen gebrakt. Und die anderen. Ja, mach ich mal. Mal schauen. Mal schauen. So. Äh. Machen wir das. Ich mach's mal ein bisschen weniger strategisch. Strategisch hätte ich den Break für die Fledermäuse erst nächste Runde durchgeführt. Aber... Ähm. Ist mir jetzt egal. So. Genauso den Passatsturm hier. Hätte ich auch erst nächste Runde gemacht. Wahrscheinlich. Aber... soll mich grad mal nicht stören. Äh. Da. Da so rauf. Oder so. Gut. Äh. Die Fähigkeiten. FP teilen. Mit Hanit. Bitte. Danke. Danke. So. Zack. Dann. Äh. Die Fälder stecken. Zack. Die. Ulbricht pennt eine Runde, ja, warum auch nicht? Tz, tz, sag ich. Hier, Passatsturm, danke. Das ist ein Treffer vom Pfeilhagel gewesen, der gefehlt hat. Einer. Da kriegst du das Kotzen. Naja, egal. 1.400 Leaves, sehr schön, und hier nochmal 2.200 Leaves, die ich beim Verkauf dieses Beutels bekomme. Ist doch nicht schlecht. Okay. Oh. Oh. Okay. Ich krieg auf jeden Fall die da hinten in Drake rein. Zumindest wenn alles trifft, was ich mache. Das ist dann schon mal was, ne? So, denn jetzt kommt hier, mit ausgerüstetem Bogen, einmal der Passatsturm. So. Gut. 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 Gut, 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 gut. Ja, meine Dinge. Hätte mir ein besseres Ziel vorstellen können, so den da vorne, Linda. Ne, nicht den da. Den König. Aber na. Was sonst? Was sonst? So. Okay, Hanit. Nehm mal bitte nen BP. Okay. Gämbeln wir mal ein bisschen. Schade. Hätte alles getroffen, was auf den König gegangen wäre, äh, oder gegangen ist, dann hätte man Break gekriegt. Naja. Dann breakt der eben noch nicht und, äh, fängt damit den Angriff ab. Was soll's. Ha, mir doch egal, Mann. So. Zack. Und was soll's. Rein. Wan je. Wir lachen das unsere Klose in einem Geflösschen. Leיה. War's, das war unversehrt. Jaja. Das nehm ich gerne. Hase, ich bin ganz ehrlich. Ah, was weiß ich nicht. Hase. Wann, wer weiß. Parking, was weiß ich nicht, wie ich Hagen düşen kann. Oh. äh, das Ziel unserer, ähm, unserer Höhlenwanderschaft, nenne ich es jetzt mal, so, äh, Pflaume, die beiden, okay, gut, dann, äh, würde ich sagen, würde ich sagen, speicher noch, äh, nochmal jetzt, wo ich geheilt bin, Sicherheit selber.